so ein bisschen die abgelegt hätte so klar nichts bringt wo sind wir denn jetzt überhaupt hier so wie sieht es aus eigentlich kann es aber trotzdem noch nicht freigeschaltet bei mir wo ich die in der hand habe das ist gerade nicht freigeschaltet aber kannst du jetzt wenigstens wieder dann rakett mehr wollen weiter und kauf mir noch für die knarre gesperrt aber den habe ich auch irgendwo gefunden habe ich halt bei mir das spiel keine frei wo es da steht vielleicht muss ich denn auch frei schalten das vielleicht muss ich dann auch nehmen das teil hier werden die fallen lassen außer ich habe irgendwie eine waffe die ich zum tauschen habe ja wir legen es einfach um ihn um und dann schauen wir mal wir müssen jetzt müssen doch jetzt da oben in den lkw holen wo bist du denn ach da ach die olle lässt mich nie raus kiez eines farmers kommen sie rinnen können sie rausschauen ich würde die tür benutzen oder so wird fahren auch schon scheibe im auto ist das ein zivilist Ups Und? in der Nähe der Golden Valley Tankstelle? Steht da mein Truck? Das müsste er. Die Peggys wären damit nicht weit gekommen. Vorsicht da kommen Wolf. Und das ist nicht nur einer? Ja komm hier. Kurse Waffen mal aufheben kannst, wenn ich die Austausche. Toll, wie geht's? Theoretisch ja, wenn du jetzt nicht unter das Auto geballert hättest. Freischalten ist keine Ahnung. Wenn ich immer die zum Händler bringen muss. Einmal durchs Auto durch. Jetzt hab ich jetzt gar nicht am Schwarzmackel gucken. Irgendwie. Hm, was liegt denn hier noch alles rum? Da war noch Rüstfleisch. War da. Hm, einsteigen, Auto. Mal langsam. Scheiße, Scheiße, die wollen sich den Truck holen. Losfahrt, sofort! Wir verschwinden von hier, komm schon, nichts mehr weg. Wir müssen hinter dem grünen Auto her. Na toll. Zu spät. Hä? Hä? Ne, doch noch nicht. Wo ist der denn aber hin? Wie hat sich jemand versinken, kann das sein? Hm? Ach, der Team. Ich glaube, ich hab ihn. Perfekt geparkt. Ja. Der ist Zivilist. Das ist der Typ. Und Schwinnhockgranaten. Der ist hier in Betrieb. Warte, lass mich einsteigen. Äh... Warte, lass mich einsteigen. Äh... Hast du meinen Truck? Dann komm zur Werkstatt. Wir jagen die gemeinsam. Hilfe. Auch eine coole Karre. Ach, da hinten. Die gelbe Markierung siehst du ja, oder? Ja. Was ist das Ding geschützt hat, ne? Was ist das Ding geschützt hat, ne? Was ist das Ding geschützt hat, ne? Ich nehm sie alle! Was zum? Pass auf mich auf! Jetzt wird's lustig! Dich hol ich dir! Dich hol ich dir! Wieren kommst du nicht! Ähm... Alter! Ich glaub ich hab ihn erwischt. Ja, der bringt auch schon. Wir sehen. Schnell weg hier. So. Warte. Ähm... Ähm... Kollege, wir müssen ihn hochjagen. Das weißt du schon. Wen müssen wir hochjagen? Wen müssen wir hochjagen? Ein Lkw und da sitzt einer drin. Au! Das war jetzt keine gute Idee. Das war doch nur eine Kugel. Eine Kugel hat gereicht. Immer dasselbe Scheiß hier. Da sitzt da eigentlich schon in der Karre drin. Der Sack. Der Kroner. Der Kroner. Der Kroner. ich bin echt nicht jetzt habe ich ihn nein das auto schau war wie sonst keine rakete mir war gar nicht so kack das heißt doch warum schalte ich kein waffen frei ich habe ich ja also dann hat er auf mich geschossen und mich getötet komisch vorhin wird auch kein hubschrauber da kommt dieses jahr enger zu schnallen die Wir verschwinden von hier. Komm schon, nichts mehr weg. Komm ran. Hm. Diesmal total verkackt. Komm ran, Kollege. Oh, nicht klack. Ach, du Trottel, ey. Fährst du zurück, Kollege. Hey, du. Hast du meinen Track? Dann komm zur Werkstatt. Wir jagen die gemeinsam. Ich habe noch irgendwelche Fragen jetzt hier. Oh, jetzt hier. Bupf. Huch. Nö, das war irgendjemand anders. Ich habe keine Ahnung. Hä? Wieso haben wir da nicht hier? Ups. Sollen wir den mal durchsuchen hier? Ob da irgendwas liegt. Zieht zwar nicht so aus. Und, gibt es da drin irgendwas? Ja, kraftigen, 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 material. Ja, was sonst? Ich komme auch mal. Die werden uns schon ins Auto nicht klauen, glaube ich. Hoffe ich. Krass, das ist doch schon geplündert. Radio ist auch schon kaputt. Ich glaube, hier waren wir schon mal. Oh, man darf nicht so weit von dem Auto weg. Oder ich darf es nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, einer von uns beiden darf es nicht. Wahrscheinlich der Horst. Wahrscheinlich der Horst, ja. Ich schieße auch auf alles, was da rumsteht, ne? Natürlich, warum auch nicht? Ist doch mein Job, auf alles zu schieben. Ich sehe dich. Ach. So will ich auch hier reinsteigen, okay? Hör mal, ich verstehe, dass er diese Brote, die sich weggeleitet. So, hier noch rein. Hint aufs Gas, Junge. Ich schieße. Ach, schießt's. Diese verfickte Sächte. Ich wusste vor allen anderen, dass die Seeds ein Haufen Unruhestifter sind. Ich bin ihnen früh auf die Pelle gerückt. Wo jetzt? Und ich's mich versah, war ich in Schwierigkeiten, weil ich zu hart zu Eatscape war. Ist das zu fassen? Also konnte ich mich nur noch auf das vorbereiten, was kommt. Ich hab mich eingedeckt. Essen für zehn Jahre, Luft- und Wasserfilter und... Alter. Was machst du denn? Das war ein Typ mit, äh, Firmwarefahr. Mit Platte fahren ab. Tja, und wer hatte recht bald? Wir lösen sich die Autos auf. Natürlich kam die Sektor und drehte mir den Hahn ab. Hab alles verloren. Hier bin ich also. Sitze mit ihrem Todeswunsch und hab ne Knarre in der Hand, um es den Peggy sein zu sagen. Mach dich bereit. Schilder kann man nicht kaputt machen. Jetzt gibt's mit Zinz und Zinz und Zinz auf den Ars. Alles vorbereitet. Alles vorbereitet. Ja, jetzt seid ihr alle auf die Dose. Alla. Ich brauche mal kurz zur Erste Hilfe. Ich brauche mal kurz zur Erste Hilfe. Für den Kettinnen. izzard Was ist das? Ich kann dich da oben schon langlaufen sehen, du. Entschuldigung. Idiot, steck den Kopf nicht vor dem Baum raus, wenn der eine mit dem Sniper ist. Das ist schon wieder sondierend. Ja. Hm, man kann auf das Dach rauf. Warum? Hm, hat keinen bestimmten Grund scheinbar. Gibt's irgendwas interessantes? Nicht wirklich. Na, aber jetzt scheint mir hier was kaufen zu können. Da vorne ging gerade das Händler-Logo hoch. Die Karre müssten wir eigentlich auch als freigeschaltet haben. Eigentlich stand zumindest bei mir auf der Uhr, ja. Soll irgendeine Spezialkarre sein vermute ich mal. Würde ich auch mal von ausgeben. Nö, ich hab's immer nicht freigeschaltet. Ja, kriegt der zweite Spieler die dann nicht? Warum auch immer? Das aber eigentlich müsste der doch auch bekommen. Nö. Bei mir ist er immer noch gesperrt. Ich soll immer noch die Mission machen. Und auch wieder bei den Waffen auch. Hä? Das hat doch beim letzten Mal auch alles funktioniert. Gut, ich weiß halt nicht, ob ich da Sachen freigeschaltet hab, muss ich sagen. Das weiß ich jetzt auch nicht. Das war echt, äh, sei ja, das ist ja bei Ubisoft leider, äh. Du konntest doch letztes Mal, äh. Oh. Achso, das ist Spielen. Hier ist ein Zettel. Du konntest doch letztes auch Zeug kaufen. Flammenwerfer und Gedöns. Nö, Flammenwerfer, der hab ich auch. Die haben aber scheiße Schaden, wie es aussieht. So, mal auf die Karte schauen, wo wir lang müssen. Das ist nixengedöns. Hier ist eine Schule, die müssen wir noch machen. Einfach nur der Straße nachfolgen. Wo bist du denn? Guck gerade nochmal hier. Achso. Nö. Nö. Das Ding hab ich aber nicht. Ich glaub, ihr seht. Ja, Ubisoft-Corp ist leider nie wirklich durchdacht so richtig bis zum Ende. Ja, aber ich bin der Meinung, dass das letztes Mal ein Rock geklappt hat. Wenn ich jetzt zum Beispiel Singleplayer anfangen würde, ich hätte zum Beispiel gar keine Mission gemacht. Das ist äh... Ist bei denen so. Hm, der Hubschrauber ist auch weg. Alles klar. Ich weiß zwar nicht genau, was mich sagte. Oh, der... Der Feuerwehr hat eine Silvysetz hier. Ups, Zivilist. Was ist wieder alles platt, ey? Der lebt, glaub ich, noch. Naja, oder auch. Ne, war doch kein Zivilist. Hm, Schule. Hm? Schlossknacken. Ist ein bisschen müsste da. Naja. So, was gibt's denn hier Schönes? Komm mal hier rein, ich hab hier drin grad irgendwas gesammelt, was lustige Geräusche gemacht hat. Cheeseburger, Wackelkopf, Gedöns. Das wird komischweise bei mir auch nicht gesammelt. Steht bei mir nix von. Okay, aber da war das nur die Karte. Lass mich mal kurz schauen. Was sind eigentlich diese ganzen eine Milliarde kleinen Punkte? Vierecke. Ach, das sind Autos. Alles klar. Hm. Wir sind jetzt gerade wo? Da hinten. Wäre gut, wenn du nicht in der Tür stehen bleiben würdest. Entschuldigung. Wir gehen gleich weiter. Hier? Hm, hier ist nix. Was? Da kommt bestimmt auch noch da hoch. Ja, genau. Ist das nicht wahr, Kollege? Kommt bestimmt auch noch hoch. Ja, klar kann man hier hoch. Aufs Dach. Dachte ich mir schon. Ist da auch was? Ja, hier ist was. Schlüssel. Scheiße. Scheiße, für die Töne. Da läuft ein Händler rum. Wie bist du jetzt da rauf gekommen? Aufs Gerüst. Also auf der anderen Seite. Ist ein Gerüst. Händler. Hier kann ich doch gar nicht raufklettern. Auf das Gerüst. Ja, schon musst du erst mal aufs Vordach drauf. Aha. Mhm. Bist du dann hier, oder was? Ah, okay. Hm. Ja, den, den, äh, 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 den Feuer, äh, äh, diesen, äh, den Flammenferder war schon die ganze Zeit freigeschaltet. Die drones. Ja. Der da, der der der, der der der, 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 der der, der ist, die, 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 die